Ja, ich fand den Tag hier bei Kerstin ganz, ganz toll. Es gibt in Reinickendorf so gut wie keine Möglichkeit, ein schönes Coworking-Erlebnis zu haben und das hat uns Kerstin heute geschenkt. Wir durften fokussiert hier arbeiten, konnten uns aber auch ganz inspirierend austauschen. Das war ganz großartig und ich möchte noch mal meinen Dank aussprechen.